Hallo schon, meine kleinen Wolf-Lines. Willkommen zu Dead by Daylight. Wir sind hier auf Eddenfield. Und zwar, ich bin hier den guten Doktor, das hat sich der liebe Legion gewünscht. Und dann noch mit folgenden Perks. Schlammiger Schlachter, Verstören, Ruf der See und Chlorophobie. Da hinten war noch jemand. Ah, eine Clodette. Ich gehe da oben hin, okay. Ich gehe draußen? Okay, krass. Hätte gedacht, ich treffe. Aber okay. Oh, nee, der Weg ist zu lang. What? Irgendwas ist bei mir ein bisschen lecky. Warum treffe ich den nicht? Jetzt aber. Oh Gott. Ja, manchmal läuft es nicht so, wie man es gerne hätte. Warum ist da vorne kein Haken? Ja, gut, kommst du halt in die hinterste Ecke. Oh Gott, schaffe ich das noch? Ja. Außerdem kann ich die beiden Add-ons mitnehmen. Die beiden Ruhe-Add-ons. Da packe ich jetzt erst mal Ruf der See drauf. Wo ist er denn hin? Nee, der ist nicht zum Retten. Der hat ihn schön wieder angekutscht. Okay, schade. Ach, der rennt zum Retten. Was zur Hölle? Jetzt hab ich dich aber. Oh Mann, mir haut's die Chance um die Ohren wieder. Ach so, halt im Nehmen. Hab ich dich. Oh Mann, ey. Tut mir leid, Legion. Ich glaub, du hast hier noch ein besseres Spiel. Einen besseren Gameplay gewünscht. Da ruft der See drauf. Da hinten sind welche. Dann lass ich denen jetzt mal kurz die Rettung. Ist da noch jemand? Okay, Steve hat sich sterben lassen. Okay. Ich mein, selbst wenn die den Gen da oben jetzt machen. Dann hätte ich hier einen idealen 3 Gen. Äh, Dings. Hä? Wo ist die denn hin? Oder? Oder? Ja, durch die Add-Ons. Ja. Komm mit, junge Frau. Der Gen wird gemacht. Das möchte ich aber nicht. Schön ruft der See. Okay, direkt abgefahren. Ich möchte nicht tunneln. Das möchte ich nicht tun. Warum läufst du so komisch? Warum bist du an dem Gen dran? Das möchte ich nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Nur weiß ich jetzt wo. Ich hab keine Ahnung. Hab ich dich. Dann mach ich jetzt auch noch mal ruf, dass ihr hier drauf. Okay, das ist unfair. Hab ich dich. Hochmut kommt vor dem Fall. Oder so. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr merkwürdig. Irgendwie ein Schrei, aber irgendwie auch nicht. Was soll jemand denn? Nee. Ach, keine Ahnung. Gut, das ist da oben, aber da will ich jetzt auch gar nicht hin, weil es mit weit oben ist. Ich möchte jetzt die Rebecca haben. Ist ja schade. Ja, da mach ich Palette jetzt weg. Weil wenn sie meint, sie muss den Gender weitermachen, ne? Der geht noch zurück. Da ist die Rebecca wieder. Ja, komm, dann jag ich dich halt einfach. Okay. Ja, dachte ich mir. Hab ich dich? Hä? Habt ihr doch getroffen, oder nicht? Warum? Hä? Oh mein Gott, ey. Sorry, Legion. Da ist auch noch eine Palette. Okay. Hab ich dich. Oh. Du kommst da, den Haken. Okay, der Chan-Wooder fertig. Da hinten läuft die Michaela jetzt lang. Ich mach jetzt hier mal meine... ...Hack-Therapie. Ich drehe das erst mal da dagegen. Ja, ja, ist okay. Ich jag dich. Keine Ahnung. Nee, nee, nee. Habe ich dich. Muss ich nur gucken, wo sie langläuft. Hab ich dich. So, Claudette, jetzt hängt sie an dir. Okay, die geht jetzt schon. Gut, dass da noch ein Haken ist. Also, man merkt wieder, man darf nicht zu früh denken, dass man verhauen hat. Man darf nicht zu früh denken. Ja, da schreit die Rebecca rum. Ich mach jetzt einfach mal hier meinen Schock. Hä? Hab ich nicht gerade was getroffen? Okay, keine Ahnung. Wird die jetzt gerettet da hinten, oder? Bisher nicht, ne? Da ist die Claudette. Ich tue mal so, als hätte ich sie nicht gesehen. Moin. Wir können gerne tauschen. Die Claudette da. So, dann kommst du jetzt dafür hin. Bitte schön. Ich meine, der ist nur ein bisschen angefangen. Aber ich gehe jetzt mal nach da hinten gucken. Ja. Da sind sie beide. Ich mach jetzt noch meinen großen Schock. Bitteschön. Da ist auch das Totem. Mach weg. Ich meine, ich höre sie hier. Ja, Kolorophobie. Ich weiß nicht, darf sie noch mal hängen? Keine Ahnung. Ich höre sie da drin. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich habe dir trapsen gehört. Keine Ahnung. Warte mal kurz. Wenn sie die Luke findet, ja, mein Gott, dann... Oh, ich habe die Luke. Ausgang aus. Ich bleib jetzt mal kurz hier. Oh, 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 oh. So, Rebecca. Ja. Keine Gnade für euch. Ja, mit den Schocks kam ich nicht so klar, dass die zu kurz waren. Aber wir haben alle gekriegt. Und das ist die Hauptsache. Ich glaube, da hinten mal noch eine Palette. Ja. Schneller Doktor. Rennen. Sehr schön, haben wir doch alle bekommen. Sehr schön, sehr schön. Was hatten die denn alle? Ja, das Dief hat sich leider hier sterben lassen. Ja, überall frisch wieder aufleben. Spreng. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Segen. Okay, dann mal die das mit dem Segen. Okay, Claudette hatte... Aha. Auch unbräuchsam, okay. Hat im Nehmen. Ja, gut. Dann hoffe ich mal, der Wunder hat euch gefallen. Vor allem dir, Litschen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020